Fast alle Zahlen für die evangelische und die katholische Kirche, ob wir wollen oder nicht. Aktuell sind das über eine halbe Milliarde Euro pro Jahr. Himmel, Vater! Ich dachte, du glaubst nicht mehr. Aber, Jesus Maria, ich dachte, du glaubst nicht mehr. Ja, Pfiffix, ich dachte, du... Ja, was soll ich denn sonst sagen? Dear Darwin! Himmel, nein, das ist ja blöd. Der Einfluss der Kirche steckt tief in unserer Gesellschaft. Amen. Wieso zahlen auch diejenigen, die ausgetreten sind, über eine halbe Milliarde jährlich an die Kirche, die sie eigentlich nicht mehr unterstützen wollen? Wegen Napoleon. Was? Ja, der hatte vor 200 Jahren Gebiete annektiert und die vorherigen Besitzer entschädigt, indem er ihnen Gebiete von Kirchen und Klöstern gegeben hatte. Und die entschädigen wir jetzt. Immer noch. Ja, immer noch. Noch so ein bisschen vielleicht.